Und dann sagt zu der Tonmann so, oh nein, das ist jetzt nicht drauf. Bei einem meiner allerersten Let's Dance Interviews mit Susan Ciderupus. Wir waren nach einer ganzen Woche Training, machst du dieses Abschlussinterview. Eineinhalb Stunden haben wir Interview gemacht. Und du weißt, wie wichtig das ist, dass das irgendwie fresh ist. Die versuchen natürlich, real stuff einzufangen, so echt wie möglich. Und dann sagt zu der Tonmann so, oh, 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 ein Moment, ich muss da mal, oh nein. Und wir so, was, oh nein, das ist jetzt nicht drauf. Und wir so, nein, das kann man doch gar nicht nochmal machen. Das geht doch gar nicht. Du weißt, du musst es ja dann, es hilft ja nichts. Wir mussten es halt nochmal machen und ja, es war auch furchtbar.